Was für einen Bewerber weiter zu empfehlen, finde ich sehr gut, weil man häufig sehr gute Leute in den Bewerbungen hat, für die man leider keine adäquate Position hat. Denen kann man dann eine Chance geben und das Konzept von IT Sachs bietet auch für die Bewerber eine zentrale Anlaufstelle, wovon auch jede Firma, die dort mitmacht, natürlich auch profitiert. Also uns selber hat das ganz konkret höhere Bewerberzahlen gebracht. Wir haben damit auch viele neue Mitarbeiter gefunden, mit denen wir auch sehr zufrieden sind, weil durch die hohe Zahl der Bewerbungen findet man auch qualitativ sehr gute Leute. Und von den Kosten her hat es unsere Bewerbungskosten sogar gesenkt. Deswegen ist das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Vielen Dank.